Ja, und die Linke, sie kann mal wieder nicht so ganz ihre Herkunft im real existierenden Sozialismus leugnen. Naja, also privat ist übel, Staat ist toll und privat mit Gewinnerzielungsabsicht, das ist für sie ganz übel. Sie sind einfach nicht bereit zu akzeptieren, dass in ganz vielen Fällen privat eben halt besser funktioniert als Staat. Und solange Sie nicht bereit sind, das zu akzeptieren, werden wir auch weiter Ihre Anträge ablehnen.